Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge High on Life. Wir sind immer noch auf der Jagd nach Dr. Gibletz. Und wir haben jetzt endlich mal rausgefunden, wo wir hin müssen. Nach Ewigkeiten rumsuchen und ja, nicht sehen. Rausgeschalten. Haben wir jetzt nämlich endlich mal rausgefunden, wo wir hin müssen. War echt eine schwere Geburt, weil ich erst da falsch gelaufen bin. Weil das ist so ein blauer Streifen. Wolle weg. Die sind widerlich. Die scheiß Viecher. Ich muss erst schließen. Kann der Kopf da weg kriegen jetzt. Sack. Ja, walk around like assholes. This is what I was made for, you know. Why the fuck are you not using my trickle? Sorry for freaking out. I'm just wondering why. Wollt bei meiner Seite. Was, was ist das? Wie, was? Wie, was ist das? Die scheiß ich das zu bürgen. Wie, was ist es dann? da lang und 140 meter in die richtung wartet krieg ich die da rein die krieg ich euch da rein hinten rum ok ok die haben wir schon gehabt die haben wir schon gehabt okay das war einfach nur ein gegenstand noch so war richtig gut ok doch der sieht echt gerade was ist mit dem grün hey what happened to you a g3 base warped right through here right 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 was and uh well it shot me right in half i got cut in half a g3 base that could only mean one thing not sure what though oh god oh god i'm fading fast please please just stay with me while i die i i don't i don't want to be alone i don't want to be alone did they still have a chance of survival who's to say no way to know not even with all the blood and half their body missing we weren't going anywhere until it was over no no it's my time to go thank you for staying you had to do it you had to put him out of his misery it was like a really annoying horse der ist schon tot ohne dass ich ihn umgebracht habe so dann gehen wir doch mal da rein der ist schon tot ok so ist das dr jibletz's base wo der hell ist er oh ich bin sicher dass wir einen dr jibletz mit nur ein bisschen ein bisschen der detektivarbeit wir schauen uns anrufen jesus christ ok 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 oh das sind viele totes was du denkst was hier passiert was es war nicht eine gute situatio jemand hat die G3-9 die G3-9 da wäre ich jetzt noch drauf gekommen ich glaube die Leute versuchen sie immer zu töten ich meine schau dir das ist was du machst mhm da hat es aber irgendwas zerlegt oh nur mit Kopf mhm 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 mh mhm 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 Okay, ja, ich denke, ich bekomme einen Sinn, was hier passiert ist. Niemand hat uns zu den Kumpel. Sie haben Dr. Jimblitz und alle seine Männer. Wir brauchen mehr Informationen. Lass mich die Tür hacken, damit wir in der Nähe gehen können und suchen noch mehr Beispiele. Okay, dann, lass uns weiter gehen. Nice Bewegung! So, ich bin da an der Krone hängen geblieben. Wie sind die Krone? Oh, schade, 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 schade. Ich meine, wie sind die Detektivs? Oh, das sieht aus wie das Lab, wo Dr. Jimblitz hat eine Erfahrung. Es muss hier etwas hilfreich sein. Lass uns auf die Schrauben. Diese müssen alte Hyperbong-Prototypen sein. Sehr gut, danke, dass die jemanden in der Nähe von der Haft-Bag-Store war. Nun, weißt du, wir haben es nur gezeigt, jetzt können wir auf die nächste Sache gehen. Prototyp Hyperbong. Wer sei Hyperbong da? Die wollen sich echt alles wegballern, was geht. Die zerspeißen sich komplettieren weg. Quere, schau an diese Drone-Heads. Dr. Jimblitz war ein faszinierender organischer Köpfe für K3-Drohnen. Aber wir wussten schon, dass wir das nicht mehr helfen können. Ich glaube, es ist toll, dass die drone Drone-Heads zu sehen. Danke, für mich das zeigen. Da sind die Körper. Der hatte die Experimente über seinen eigenen Händen? Jesus Christ, das ist faszinierend, ja? Ja, das ist faszinierend. Aber da ist der nicht faszinierend. Ich weiß nicht, warum ich es gefragt habe. Ich wusste, dass er faszinierend war. Also vielleicht ist das normal für den G3. Vielleicht war er normal. Keine Chance, wenn wir noch mehr gehen. Ich bin zurück in die nächste Tür. Ja. Öffne mal die nächste Tür. Okay, ich habe keine Idee, was diese Rüge ist. Aber ich bin sicher, dass es mehr Klänge gibt. Also geh, mehr Klänge finden, Baby. Sind diese 2. Platz Trophäe? Oder Trophäe für, was? Wissenschaft? Oh, da kann ich eine Länge. Sind sie wirklich 2. Platz Trophäe für Wissenschaft? Oh, shit, das ist ein Gatleon. Ein normaler Gatleon, das sieht nicht aus, wie es in guter Gesundheit ist. Wahrscheinlich sollte man es einfach sein lassen. Honestlich. Aha, also das ist unsere Mörderwäppen. Dr. Gibletz muss das Modified Gatleon anzusehen, um seine Männer zu schützen. Das ist ziemlich kraftvoll. Es hat viele Schmerzen. Es wäre toll, wenn wir diesen Gatleon für uns selbst bekommen. Du denkst, dass das passieren? Wer weiß, wir wissen. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Was ist denn ein Knopf? Was ist denn ein Knopf hin? Was kann ich denn noch scannen? Ah ja, hier. Ach, jeder Graffiti. Ganz normal, okay. Nicht verrückt. Okay, ich denke, wir haben endlich diesen Kurs geschafft. Dr. Gibletz wirklich schloss. Er war paranoid, dass jemand hinter ihm war, also hat er seine eigenen Männer. Während du Zeit für Detektivarbeit macht, war ich beschäftigt, um das Bereich für Dr. Gibletz zu scannen, und um das Passwort auf seine Sicherheitssysteme zu schützen. Jetzt kannst du einfach den Wegpunkt direkt zu ihm folgen. Okay, schalte Dr. Gibletz aus. Ich glaube, ich glaube ich sehen. Ähm, ja. Let's do it. Das war er doch nicht. Oh shit. Oh shit. Oh das sieht aus wie ne arena. Das wäre ja zu einfach gewesen wenn er einfach nur gestorben wäre. Einfach nur tot, rein, raus, fertig. Die sind eklig da. Sehr schön hier kleinen, kleinen monster. Oh die machen das echt verdammt gut. Weggenatzt einfach. Ach wie cool. Oh. 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 Wo hole ich da lang? Weiß nicht. Das ist der kleinen Mistviecher. weg nein frösche du bist das kleine Viecht da Sack. Äh, äh. Krubus, äh. Kommt da jetzt auch noch mal was? Gibt mir da euch. Oh neppich, die kleinen Dinger. Schießt ihn da jetzt noch auf mich. Oh, Drohnen auch noch. Oh shit. Ich äffs ihm nur einfach net. Was war jetzt? Ja, fucking little freaks. Yes. Weiß noch mal so kleine freaks da. Knifey. So, jetzt wo ist die Drohne? Nein. Oh, diese kleine Dinger zu treffen. Okay. Ich denke, ich werde es machen. Okay, wenn du noch immer wohnst, kannst du nicht Krubus. Krubus war zu weich. Oh, er töte dich. Oh nein, du musst jemand anderes sein. Aber wer ist das? Wer hat mich töten? War es das? Du, Douglas? Du hast mir nie gesagt, deinen letzten Namen. Jetzt denkt er, es war Douglas? Jetzt kann der Spaß beginnen. Das stimmt mir nicht. Ich hatte weder Douglas umgebracht, noch irgendjemand. Na, ich hab dich selber umgebracht. Ich hab damit überlege, dass du dich umkommen kannst. Dinger da. 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 übernehmen los du kämpfst jetzt für mich was da mit douglas um okay oh shit oh shit oh 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 Ich kann's imagine the evils you're capable of. I'm not even sure if I can feed you. But I have to try! I guess joining the G3 was a big mistake, huh? I'm very nippy-long. Still waiting in there? I knew you'd be tough. It's one thing to serve the G3 but it's a little off of the universe but it's ideology. I really did respect you when I was alive. What's up? It pains me, but I must be back. Yeah, okay, okay. Eastern. Uh-huh. ... ... nicht beschrieben ist er jetzt endlich mal fertig mit seinen ganzen Leute da schicken super immer noch nicht ich werde länger als ein Haupt-Boss-Fight Eieiei Schaden Ok Woppa ist das kaum Ja Kopf runter Au Jawohl Penny Sehr schön Und hinder uns noch weiter Yes Ok Okay This is my final message If you're still alive to hear this That I've made a great mistake I've only one Only one person could have survived all of that Myself I killed myself Finally It makes sense you know I always hated myself I knew I'd get the guts to do it one of these days Good for me Oh that's dark So Ok I killed myself Whoops My apologies to whoever's hearing this I hope you forget me for making a boat But now You can leave now Have a good day Jimlats out RIP Jimlats out RIP Jimlats out Well ok good 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 work I think we can get back out to the trapdoor now Oh da gehts raus da geht es raus da geht es anscheinend raus ich glaube nicht dass das so aussieht als wird man dann noch irgendwie gefixt ich wollte nur sagen, heute hat mir wirklich viel bedeutet und es ist so fucking hart um, dein free trial of detective mode ist up, so see you later, bye oh, danke Gott, okay bounty hunter, du gehst durch die Menü, du findest das detective mode, du shut die fuck off, niemals wieder, okay, ich bin ehrlich, delete es, delete es und wenn du das nicht machen kannst, wir gehen, wir gehen, wir gehen, es ist eine ganze mission, es wird eine ganze DLC mission, wir sind jetzt eigentlich nur noch einen einzigen umlegen, da haben wir eigentlich das ganze G3 Kartell ausgelegt, äh, ausgelegt, umgelegt ist eigentlich nur noch der Hauptboss, der was aussieht wie Jabba da hat, nur mit mehr Augen, doch, wie sieht es denn hier aus, Tricksrad 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 Okay, uh, so, we did find Dr. Ghiblitz, um, he is dead, but we also found another Gatleon Oh, shit, that's great I, 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 I don't know about that, I mean, he's, he's not really functional, I don't, I don't think he's dead, but God damn, yeah, he's busted up real bad, what were they doing to him? Do you, do you think he's salvageable? Buddy, I'm not gonna promise you I can save him, that would be irresponsible of me, he would be careless to toy with your emotions like that, but yes, I can definitely fix it Okay, thanks, Gene, but you know, if he can't be saved, it wouldn't be, uh What was that? Uh, nothing, I, 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 I was being shitty, you didn't hear me, I don't want you to hear Yeah, okay, weird thing to say, but whatever, sorry to change the subject, but, uh, turn in your bounty real quick I've got some good news and some bad news Okay, good and, vielleicht the newigkeiten, wahrscheinlich the good is Alright, what do you have for us, Gene? Alright, which do you want first? The good news or the bad news? Sorry, Leute, the bad news. Alright, here's the bad news. Lizzie's been gone for a while. It's probably nothing and I'm obviously not actually worried or anything, because I, I hate her. But, uh, you know, you, you might want to look into it, since she's your sister and all, maybe check with Twig, he works at that space Applebee's uptown Hey, well, I lied, kid. I don't have any good news. I was hoping you'd just ask for the bad news and then you'd be so upset you'd forget to ask about the good news I was trying to pull a fast one on you, and I failed, so, uh, it was pretty embarrassing Uh, so, uh, yeah, that's everything. I'll work on getting us some new bounty leads if you want to go look for Lizzie, and, uh, I'm gonna see if I can fix up that busted Gatleon you saved Jesus, that is a lot to take in, Gene. Hey, uh, bounty hunter, you mind if we leave the other Gatleons here with Gene, and maybe we can poke around for Lizzie and use that time to have a little chat with each other, you know, just you and me, our favorite people, our favorite... Jawoll! Wie geil sieht das bitte schön aus, ey! Arthur Kenny! Aber wo ist Goose? Ah, doch, Goose! Sweetie und... Crearty! Und das ist irgendwie die neue, die aussieht wie Predator! So, aber Leute, danke fürs Zusehen! Schreibt gerne die Videobeschreibung aus, Twitch, und... Ich hab' die neue, die aussieht wie Predator! So, aber Leute, danke fürs Zusehen! Schreibt gerne die Videobeschreibung aus, Twitch, und... Instagram ist dort verlinkt! Wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir... Ja, mit... Tweak reden müssen, was mit Lizzie ist, warum die schon... sehr lange Zeit immer daheim war! Und dann werden wir mal rausfinden, ob Gene... unsere neue Gatling... repariert hat oder reparieren kann! Das... sehen wir aber alles, oder ihr... in der nächsten Folge! Deswegen schaltet gerne wieder ein! Lasst gerne ein Abo da! Like da! Ja, was soll ich sagen? Kommentiert, abonniert! Und ich bin raus! Ciao!